Hallo und herzlich willkommen bei Wellenest statt Wellestress. Ja, es ist soweit. Meine frechen Küken sind in der Jungmauser. Sie werden erwachsen. Besonders bei Pudding kann man das ganz deutlich am Kopf sehen. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun mit Superstickern oder einem Superchat. Solange die Premiere läuft und ein paar Minuten danach, kannst du mit mir live chatten, mir Fragen stellen oder mir Grüße schicken. Ich freue mich auf dich. 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 Pudding ist ein ganz besonderer Vogel. Er ist ein doppelfaktorischer australischer Schecke. Er ist asymmetrisch. Nein, natürlich nicht er, sondern nur seine Federfarbe. Auf der linken Seite ist sein Wangenfleck dunkelviolett. Auf der rechten Seite silbern. Gänseblümchen ist das einzige Mädchen. Sie ist die verschmusteste von allen. Sie ist leicht zu erkennen an ihrem knallgelben Bauch und ihrem grünen Schal. Bei allen drei Küken, wird nach der Mauser die Farbe intensiver sein. Wiffzack hat sich in Herr Wolke verliebt. Die beiden turteln und schmusen den ganzen Tag. Ich dachte immer, Wiffzack ist ein Männchen. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Nun ja, es wird sich herausstellen, ob die Wachshaut hellblau wird oder tiefblau. Jetzt ist sie noch violett wie bei Pudding. Bei Gänseblümchen ist sie schon hellblau. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun mit Superstickern oder einem Superchat. Solange die Premiere läuft und ein paar Minuten danach, kannst du mit mir live chatten, mir Fragen stellen oder mir Grüße schicken. Bis zum nächsten Mal. 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 tun. Jeden Montag und Freitag gibt es ein neues Video. Abonniere den Kanal, um nicht zu versäumen. 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 Noch 5 Minuten und ein paar Minuten nach dem Ende des Videos kannst du mit mir noch chatten und mir Fragen stellen. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann kannst du das mit Superchat oder Superstickern tun. Jeden Montag und Freitag gibt es ein neues Video. Abonniere den Kanal, um nichts zu versäumen. Schön, dass du da warst. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da und abonniere den Kanal, um nichts zu versäumen. Auch noch ein paar Minuten nach dem Video kannst du mit mir chatten, mir Fragen stellen und mir Grüße schicken. Du kannst deine Fragen aber auch gerne in den Kommentar schreiben. Ich beantworte sie dir gerne. Okay. 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 Das war's. Das war's. Das war's.